Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Ich habe einen Schuss bekommen. Sehr gut. Hören Sie den Beschuss, nicht? Hä? Warum? Was ist das? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ohne haben. So. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt zwölf Kilometer vorm Strecke. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach Unsinn!